Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft und ich merke gerade, ich habe das hier vergessen, naja egal. Ups, wer noch? Hallo? So. Ähm. Und, ach. Mein Gott. Ähm. Es ist schon wieder dunkel, das heißt wir schlafen nochmal. Äh, ich weiß auch gar nicht, was wir noch heute vorhaben. Ähm, ja. Doch, ich weiß es wieder, wir wollten dieses Haus fertig bauen. Und dann, hätte ich gesagt, gehen wir in der nächsten Folge dann ins, dieses, in dieses Biom da, in dieses. Wir machen das glaube ich mit Bruchstein, das Dach. Äh, in dieses, ach wie heißt das nochmal. Äh, dieses Biom, das man von hier aus sehen kann, das Fichtenholzbiom halt. Keine Ahnung, wie das heißt. Dort, wo es Fichtenholz gibt, weil, das brauchen wir zum Weiterbauen. Oder, um unser Haus dort oben irgendwo zu bauen. Und, wieso haben wir eigentlich keinen Schnee? Habe ich das nicht eingestellt? Naja, egal. Weihnachten ist ja jetzt sowieso vorbei. Denn, nehmen wir halt ab heute, kein Weihnachtstexturepack mehr. Weil, dann ist jetzt auch das hier anders. Und auch die Anzeige hier unten. Also, Level und Herz und alles. Genau. Ist doch auch mal was Schönes. In Abwechslung. Das sieht irgendwie ein bisschen strange aus, aber irgendwie auch nicht schlecht. Das Glas sieht auch sehr schön aus. Das sieht irgendwie gar nicht, dass es Glas ist. Okay. Aber ist eigentlich gut. Ähm. Ach, jetzt haben wir, Gott, warte mal. Jetzt haben wir glaube ich keine Erde mitgenommen. Äh, doch. Ja, Erde mitgenommen. Sonst hätten wir... Ach, Dicke. Oh, Mann. Uiuiui. Schlimm, Alter. Schlimm. Ähm. Sonst hätten wir die nicht, nämlich gebrauchen können. So ein bisschen zu bauen. Aber, naja. Machen wir das halt so. Ach, Dicke. Aber, warte. Wir müssen gleich Erde holen. Sonst wird das hier nix. Okay. Ähm, ja, also die Map sieht so auf jeden Fall sehr schöner aus. Es ist halt mehr so ein bisschen ein detailliertes Texture Pack, sag ich mal. Sehr schönes, ausgearbeitetes Texture Pack. Von hier oben sieht das jetzt halt auch geil aus. So. Alter, sieht das geil aus. Ähm. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Erde. Nice. Ja, moin. Haben wir schon mal eine Erde gefunden. Ähm, ja. Und jetzt können wir äh, das Dach da fertig bauen. So Leute, es gab jetzt eine kurze Unterbrechung. Aber das ist kein Problem. Ähm. Und, ja. Diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil ich hab gerade keinen Plan, wie lang das die jetzt gerade ist. Aber, ja. Kein Problem. Äh, hier müssen wir brauchen wir noch so ein bisschen Holz. Vielleicht ein bisschen mehr. So. Ja, das... Ich wahrscheinlich auch nicht, aber egal. So. 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 Oh, mal. Wollt ihr mich verarschen, ey? So. Hier 64. Zack, 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 zack. Och. Aber warte, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil das kommt, glaube ich, sowieso noch hin. So. So. Ach, Mensch, runtergefallen. Warte mal. Äh, so. Passt. Dann können wir hier noch, hier noch, hier noch. Ne. Ne, warte, hier oben ist falsch. Boom. Das war nochmal so. 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 Ja, passt doch. Wir den kurz abreißen. Weiß jetzt gar nicht, können wir von hier vorne jetzt hier... Okay, nee, können wir nicht. Aber wir können hier so einen zweiten bauen. Und jetzt sind wir auch wieder oben. Master. Äh, Brain. Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen Holz. Genau, dann haben wir hier einfach so ein kleines Hütchen. Keine Ahnung. Äh. Ja, die Folge können halt eben so ein bisschen kürzer werden. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Oh Gott. Bisschen Struggle gerade. So, perfekt. Ich glaube, wir müssen danach noch kurz ein bisschen Bruchsteintreppen machen. Würde ich mal spontan sagen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Und für ihn können wir dann eigentlich auch noch gerade Holztreppen machen. Okay, ja. Ich glaube, das ist schon notwendig. Ja, dann können wir das hier noch kurz rumtunieren. So. Ich glaube, es sieht er noch aber ganz schön. Okay, warte. Hier muss aber noch ein Balken durch. Ich glaube, es sieht das da ein bisschen scheiße aus. Aber egal. Und hier noch kurz den Weg weiterbauen. Ein bisschen. Wir haben hier auch noch schwarz-rechen Holz. So. Jetzt machen wir hier noch weiter. Hier, Moin. Hier geht es ja noch runter. Alles klar. Toll, jetzt bin ich hier unten, oder was? In der Unterwelt. Och, Mann. So. So, das sollte jetzt aber reichen. Und hier machen wir jetzt, glaube ich, auch einfach geradeaus weiter. Hier kommt ein Stein. Hier auch. Stein haben wir blöderweise jetzt nicht dabei. Na ja, was soll's. Okay, dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen Holztreppen und Steintreppen, ja. Das nehmen wir halt Stein. Hätte es gedacht. Und dann haben wir noch ein bisschen Holz. Wir haben hier noch Holz, aber... Wir haben fast kein Eichenholz mehr, okay. Das ist ein bisschen Blut. Ah, mein Hals. Aber egal. Auch das bekommen wir hin. Ich weiß jetzt gerade. Warte mal. Machen wir das jetzt. Oh. So. Ja. Aber hier haben wir auch noch ein Stack. Den brauchen wir auch. Nice. Alter, wie viele Treppen. So. Das reicht auf jeden Fall, weil... Äh, ich will noch kurz gucken. Ich weiß nicht, wie viele Holztreppen das wir noch haben. Eventuellent haben wir da noch die A4 im Laufe. Das ist super. Ja, den Stein nehmen wir gleich mit. Dann machen wir uns noch ein paar Holztreppen. Wir können ja kurz alles bei Holz rausschmeißen. Können wir bestimmt irgendwann mal wieder gebrauchen. Dann mach so. Ja, 20. Immerhin. Da kommen wir schon recht weit, würde ich sagen. Okay, dann essen wir noch kurz was. Essen ist wichtig. Haben wir ja gemerkt. Ähm, dann nehmen wir hier den Stein. So, so. Da vorne müssen wir noch ein bisschen Stein... ...einpflanzen. Ja, ne? So, passt. Ist auch dieser Weg endlich fertig. Und das Haus auch gleich. Haben wir... Okay, ne, jetzt haben wir schwarz Eichenholztreppen. Haben wir jetzt nicht mitgenommen. Na, egal. So, hier haben wir noch kleine Fehler. So. Wir kommen jetzt nach oben wieder. Ah, hier. Vielleicht können wir ja von hier rauf springen. Ne, scheiße. Warte mal. Ich glaube, die Holztreppen, die wir gemacht haben, ich glaube, die reichen immer noch nicht. Oh, ja, perfekt. Es kommt nur noch das eher innen. Wo sieht das krass aus, oder? Hier das Licht durchscheinen. Lol, ich hab mich gemutet gehabt, lol. Ähm, okay, ähm. Was wir hier noch machen, das gucken wir in die nächste Folge. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Minecraft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 1, 2, 1, 2 ...